Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Okay, das Ding... Oh, warte mal, da liegt... Achso, ein Lu. Ach nee. Ach, bei Mario war eine Kiste gelegen, okay. Bisschen unter die Zähne. Nee, bei mir. Darf ich die aufmachen von Lu? Ja, natürlich. Ja, natürlich. zum reifen zwei stück und truck zubehör und benzin gekriegt von der luft der unten in die kurschüsse rutscht ist ganz schön voll weißt du das deshalb bin ich raus und verlagere gerade nach draußen den restlichen das ist doch gut wie nagelpistole das nicht vergessen das ist sehr und was ich brauch fürs reparieren muss mir auch da noch herrlich ja ja okay ich lege mich dann lieber nicht mit männer an besser warum dies voll bewaffnet bis oder die was nein jetzt wird nicht erschrocken oder steht da wirklich jemand vor der tür oder steht da jetzt vor der tür aber jetzt bin ich drin naja da stand wirklich jemand ich dachte es sei jetzt erschreckend er hat meine watt kaputt gemacht und ich kann sie nicht reparieren so ein dachblatt brauche ich zement glaube ich betonmischung und meine ganz normale wand hier ach so deine normale wand ich dachte jetzt von der hornbase weil da ist beton und geschmitte das reisen nimm mal belastisch eine mit für meine außenwand kann es ja letztendlich wirklich nicht sagen muss jetzt da einmal hin und herren das ist in Ordnung fünf stahlspitze gemäht die behalte ich da haben sie auch geklopft das ist wieder so typisch menschheit wir zementieren alles und betonieren alles zu ja ich fahr sowieso nie reichen aber ja aber ja ich glaube du warst aber derjenige gesagt hat mach mal einen schönen parkplatz nee ich habe gesagt wir haben doch einen schönen parkplatz wir haben ja direkt das sind ja direkt diese diese dinge davor wo man theoretisch so ein nummernschild dran kleben kann ja die behalten man auch ja also und der parkplatz ist es ist jetzt dumm knöpfe ich mache ja auch nicht alles kaputt was kaputt jetzt kaputt da war eine kaputte stelle das geht gar nicht das werde ich sofort unterbinden ja habe ich gut habe repariert wunderbar das ist nicht so dass sie sich bei uns durchfudeln hier nein 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 zur lieben Händlerin Whaaaaat? Ups Blattling Ah, please, this is twerk Du musst jetzt warten, Zombie, ich muss erst Sachen verkaufen. Nein! Oh, der hier dicht macht. Über zu. Ich lappel zu, ab und tot. No. Motor, Batterie, aha, mh, mh, sehr schön. Ich soll hier keine Raketenwerbung mehr. Oh, Manu. Äh. 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 Das sind immer die schwierige Sachen, wenn man überlegt, was will ich eigentlich kaufen jetzt hier? Und die nichts haben von dem, was man eigentlich haben wollen würde. Mhm. Das ist voll gemein. Aber ein paar Sachen zu wünschen. Mhm. Dann packe ich die Munition schon mal ein. Bis unten? Ja. Du hast die Munition eingepackt, ne? Ja. Guck mal. Ich bin doch bewaffnet bis oben hin. Ja. Dürfte funktionieren eigentlich. Wir werden alle sterben. Ja. Wenn du jetzt noch was übrig lässt von denen, dann nimm ich der Rest auch noch mit. Ne, ich hab alles drin. Also. Außer du willst noch eine Magnum haben. Ne. Aber ich hab schon noch laufen. Also ich hab noch hier, ja sind noch ein paar am laufen. Siehst du, Nitratpulver wollte ich noch besorgen. Ich hab lieber mehr dabei und lege nachher zurück. Ja. Das ist zu wenig und denk so, fuck. Und unten im Keller liegen wir. Ja. Ja, ja, genau. Ne, ist ganz gut. Hä? Wieso bildet er was? Das war jetzt erschreckend, oder? Oh, Wanderhorde. Ja. Oh. Vor der Tür? Vor der Haustür. Ich komm. Und ich stehe beim Händler. Das ist ja gemein. Da ist mir was übrig. Wo bin ich denn jetzt grad lang? Ah. Da, da, da. Der Weg ist soweit. Da war ich da hinten. Ne. Mit Luft werfen ist kacke. Also lass mir auch was. Luft werfen ist kacke. Okay. Ja, ich hab alles gesehen zu weit. Muss ja auch noch nachladen. Glaubst du das? Ich hab nen gelben Dinger. Ja, geht's. Alles richtig gemacht, so zu sein. Hast du sie alle erwischt? Ich glaub, wenn jetzt einer aufsteht, dann stehe ich vor ihm. Gut. Ah, da krabbelt tatsächlich noch einer. Ah, halt. Ne, doch. Halt. Ne, doch. Ja, hier war doch überall ein Nitrat, oder nicht? Ah, jetzt. Ich hab jetzt grad ein Nitrat. Also ich bin grad so am einsammeln bisschen, was hier so, was ich unterwegs so finde. Ähm. Aber, naja, jetzt wird mir wieder Motorbrunnen. Was? 50.000 Tonnen Motorbrunnen zu Hause. Schon zubereitet alles. Aber jedes Mal, wenn man irgendwie unterwegs ist, hat man's wieder einsortiert. Hm, da wacke ich ja auch einer. Kann man das nie merken? War Nitrat Wüste oder normal? Der hat ja rote Auge. Äh, weiß und am besten dort Wüste, ja. Ah, ich glaub ich hab's gefunden, ja. Also das sind diese, diese Bälle, die, äh, die Notten dran haben, sag ich jetzt mal. Die Notten dran haben. Geil. Können Fußball spielen. Das kann man aber bestimmt auch machen, ja. Ja, solange sie keinen Nippel tragen. Das hast du jetzt genannt. Das N-Wort wollte ich nicht in den Mund nehmen. Wir haben ja noch nicht 22 Uhr, ja. Hm. Ah. Jetzt gucken sich alle um 22 Uhr erst an. Du wolltest sagen, Notten wolltest du sagen. Nicht Nippeln, Notten. Na klar. So, die ersten Nitrat sind in der Tasche. Ähm. Was hast du gesagt bei euch zum Reparieren? Ähm. Beton-Mischung und geschmiedetes Eisen für die Klappen. Beton-Mischung, geschmiedetes Eisen. Ah ja, bringen wir mal ein bisschen Nitrat mit nach Hause hier. Beton-Mischung? Ja. Beton-Leer? Beton-Leer? Nee, ich glaub nicht. Ähm. Geh mal an die Zementen-Mischung. Ein bisschen was hab ich in irgendeiner Dings gesehen. Ob da noch was drin ist? Äh. In einer Kiste. Da war links oben in einer von diesen, die über den Schmieden sind. Da war irgendwo eine Augenmischung drin. Da kommen wir aber nicht weit. Hm. Okay. 177 Stück bloß. Wollen wir halt nicht so viel kaputt machen, oder? Und geschmiedetes Eisen. Oh ja, Energie. Okay. Okay, da ist normales Eisen drin. In der Kruschgüsse hab ich bei ihm noch, äh, geschmiedetes Eisen auch drin gesehen. Mhm. Ich hol's grad direkt aus dem Ofen. Und die ganzen Geschmiede sind auch noch mal 1000. So. Hab ich grad rausgeholt. Nee, da ist noch nicht drin. Da auch. Und da auch. Na ja, da können wir ordentlich Schießbrüfe herstellen wieder. Ja. Ja, knapp 2000. Mhm. Schmiedetes Eisen, also die Klappen. Ja. Ah, mit Betonwischung? Hm. Da hat jetzt zwei Betonwischer dastehen. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. 877. Dann brauchen drüben. Ja. 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 Und wo? Genau. Oh. Wie führ dich denn? Hm. Drausen. 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 Hä? Ja. Ja. Ihr ärgert nicht, oder? Ich bin nicht da, also ich kann dich nicht ärgern. Ich mach das nur... Versparkanal. Ja, ich seh ihn. Du hörst dich so ekelig an. Was? Ein Kojote und so'n Krabbel ohne Füß. Ah, okay. Ich wusste hier eigentlich nicht. So, ob ich hier nachher wieder rauskomme, ist ne Anruffrage. Ach, das ist auch betonwischer. Mach die Hornnacht hier in dem... in meinem... in meinem Loch. Ja. Kennen wir dich. Ja. Ja. Gut. Ich hab noch Beton hier schon gefunden. Cool. Ey, du hast mir ja auch die Gebäude gehabt. Ja. Um die Mauer zu reparieren immer wieder mal. Richtig. Ah, ich find das irgendwie mit ner Spitzhacke irgendwie... schneller. Was denn? Ja, so zu buddeln. Als mit dem Erdbohrer. Ähm... Ja, ich glaub mit dem Erdbohrer lohnt sich's nur, wenn du jetzt gerade runter willst. So einmal gerade runter. Nicht so nach links und rechts und so. Oder du müsstest die ganze Zeit das Ding laufen lassen. Und das ist halt ziemliche Energie auch, find ich. Ja. Aber... Energie haben wir ja genau. Genau. Linge, 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 linge. Hier kommt der... Ah, ah, Mann. Nö. Seh keinen. Oh, geil. 14.000 Nitrat. Jawoll. Äh... Verdammt. Wer muss doch gleich sehen würde, ne? Oh, geil. Oh, geil. Äh... 2.264. Mhm. Aber ich hab nur an der Oberfläche gekratzt. Wieso ist das so hell hier drin? Ach, guckst du's. Ja. Jo, ich dachte mir mach mal ne Rumpfahrt hier rundherum, um zu gucken. Ja, hab ich auch grad vor. Dass dann nicht einer schon wieder deine... Mauer hier ankrabbelt und kratzt? Ne, der eine war jetzt grad auf dem Weg, aber den hab ich... Verwischt. Ich mag das gewähren. Mhm. Ja. Äh... Das dann. Passt. Oh, zieh sprich aus grad. Oh, 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 stop, stop, nein, nein, au, 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 au. Lebst du noch? Schatzi, unser Auto steht auf der Kante, plötzlich. Ich glaube, das war die Aussage damit, wenn man das so, oder? Was er damit sagen wollte, wenn er denn was sagen wollte damit. Mir ist grad die Decke überm Kopf eingestürzt. Aha. Ja, finde den Fehler. Musst du hoch oder dass das Auto runterfällt? Das werden wir jetzt herausfinden, ne, wenn ich da einsteige. Oder soll ich dir entgegenkommen und dann das Auto ein bisschen wegfahren? Nö, 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 das Rohloch ist so groß. Ich glaube, da werde ich wohl eine Lücke finden, ne? So eine Lücke. Schön, also wenn hier mal ein Riesenloch findet beim Fahren, wirst du bescheiden, ne? Unmöglich, der Mann. Unmöglich. Medizin war da drin, genau. Schön. So, da schmeißen wir jetzt die Elektro-Traps rein. Schön. Oh Gott, das ist ja sogar an der Straße. Also fahren wir öfters mal dran vorbei. Habt ihr mal vier Bücher reingetan? Abgepackt. Ja. Und die anderen, die oben, also ich habe sie in die zweite Reihe gepackt. Äh, und die unteren, also die unteren sind deine und die oberen entweder für dich oder für Melle, weil die waren ja schon drin. Ist unwirklich. Die waren ja schon da. Hm. Ist das Ding da voll oder was? Nee. Warte. Ach Gott, okay. Ja. Das stellt er schon wieder an. Ja, ich muss jetzt mal wieder rauskommen. Ich habe leider da unten geparkt. Ich habe doch unten geparkt. Ja, als ich eingestiegen bin, ist es runtergefallen. Du brauchst Betonmischung zum reparieren, gell, Melle? Ja. Alles klar. Aber ich habe jetzt mittlerweile 2.000, knapp 3.000. Ja, das ist, sag mal so, ich denke mal, du wirst nicht so viel reparieren müssen, weil das Ding hielt ja sogar einen Raketenangriffstand. Ähm, aber wie gesagt, bevor die Betonmischer hier leerlaufen, ne? Ja, Feuer, dein Satz musste überprüft werden. Aus dem einfachen Grunde, dein Loch. Und Loch ist böse oder wie? Ja, weiß ich nicht. Das sind auch wieder mal so komische Anwendungen, die das Programm jetzt entwickelt dafür. Hat man doch schon mal vor einem Viertel oder Halbenjahr, dass es auch so komische Sachen brachte. Seltsam, seltsam. Da sagst du was. Du kannst gerne Millionen von Geschossspitzen durchjagen. Aber... Jetzt kommt's. Du kriegst einen Rüffel. Es bringt nichts, wenn die 6 Felder mit 6.000 bereits voll sind. Dann stellt der für nichts her quasi. Für gar nichts. Dann wurde nicht geleert. Ja, ich möchte mal wissen, wer so viel in Auftrag gegeben hat. Ja, das würde ich auch mal wissen. Also hör mal. Wo hattest du nochmal? Du hattest doch bei irgendeiner Werkbank ne Dings angelegt, oder? Hattest du doch voll das? Warte, was? Na, ich hatte doch gesagt, du hast doch gesagt, wo soll ich denn das Schießball wo und sowas halten. Ach so. Da wolltest du doch irgendwo einen Volt anlegen, oder? Ja, die Werkbank in der Ecke da hinten. Werkbank in der Ecke. Uh, da sind beide in der Ecke. Pass auf. Batterie. Ach, da hinten. Da, wo nichts raussteht. Sehr schön. Dann kann ich das jetzt alles rausschmeißen hier. Perfekt. Sehr schön. Zack. Du bist wieder da aus deinem Loch. Ja, ich hab sogar umzäunt, also ich dürfte nicht mal reinfahren können. Aus der Hölle wieder zurück, denn. Ja. So, Batterien. So, Nitrate. Äh, Kohle. Da. Da. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Lastik. Schießpulver. 6000. Passt. Hm-hm. Braucht 100 Minuten. Boah. D-ä-n-ä-n-Datentrat. P-A-D-Datentrat. Was tut? Seid ihr auch schon alle wach? Ja, guten Morgen, ja. Ich verstehe die Frage nicht. Es ist Tag geworden. Bitte stehen sie auf und werden sie wach. Bruchssand, also Sand, oder? Bruchssand ist Sand, ja, genau. Sand ist Sand, ja, okay. Sehr schön. Sehr schön. So, da der schon durch ist, hauen wir dir jetzt nochmal nach, 330. Ja. Kommt sie dann wieder zurück? Na, klauen wir nicht immer meinen Beton her. Was? Ich bin derjenige, der den gerade herstellt. Da oben hier keinen Beton. Den hab ich nicht gebraucht, Schatzi, für heute Abend. Ich hab ja auch bei der Kiste gesprochen. Da war Zement drin, kein Beton. Ja, ja. Also ich hab reingeguckt, da war nur Zement in Vorletzerei oder so. Kein Beton. Mhm. Mhm. Nee, 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 nee. Die Kiste hat mir beim Übertransferieren alles Gemops aus meinem Inventar. Ja. Das meinte ich damit. Das, das, ja. Das bestimmt, ja. Äh. So. Was haben wir denn noch? Wo hab ich denn eigentlich Eisen? Hab ich schon ne Kiste für Eisen und so? Nee, ne? Hab ich schon. Links oben. Eisen und Messing, wenn du die meinst. Nee, nee, nee. Eisenbarren. Eisenbarren. Achso. Die hab ich noch nicht. Nö, dafür nicht. Nö, die ist noch nicht. Die gibt's noch nicht. Munitionsstube. Höher. Achso. 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 Papier. Warte mal. Papier. Papier. Papierus. Genau. Wo soll ich denn die Solarpanel hin tun? Wir haben Solarpanel? Ja, ich hab eins gekauft beim Händler, weil ich war da, hab verkauft und... Hab mir gedacht, dann... Ist dir ein Schnäppchen? Keine Ahnung, was gekostet hat, aber ich bin der, der am besten gerade und am günstigsten einkaufen kann. Und da wir ja tonnenweise an Credits gerade rumliegen haben, dachte ich mir, nimm's mal einmal mit. Guckeschön. Okay. Da müssen dann die... Ja, das kannst du machen, aber es gibt gerade nichts Gescheites. Das ist ja cool. Das ist ja Problem. Das heißt, das musst du quasi an die... an den Generator anschließen. Und dann geht's halt quasi weiter zum... Naja. Zum Naja. Zum Rest halt. Zum Naja. Ich wusste nicht mehr, dass es hier Solarpanel gibt, aber cool. Gibt's schon länger. Okay. Dann bin ich jetzt zufrieden. Aber ja, du hast ja mich dafür. Ja. Dass ich dir das quasi so... ne? Wir sollten halt mal auf grüne Energie umsteigen. Apokalypse. Hier gibt's keine Klimakleber. Ja, ja. Das sind Spaghetti. Warte mal, da können wir gleich mal aufs Essen hier. Ja. Ich muss mal wieder verhungern. Oh, schon fünf Uhr. Oh. Oh. Was? Das wird gefährlich. Bestimmt. Bestimmt. So. Und das Ding speist wirklich Energie ein? Na ja. Ist ein Solarpanel. Warum solltest du das nicht tun? Das wäre sonst kein Solarpanel, wenn ich das nicht machen würde. Schatzi, darf ich dir das hinwerfen und du guckst mal, wo du es hier irgendwo hinbauen möchtest? Hm. Du guckst mal, ob du es irgendwo hinbauen möchtest, weil das würde ich dem Haus zugute tun, dass es dann auch irgendwann mal Energie hat. Der Geier ist schon ein bisschen irritierend, aber solange er da oben bleibt, geht's. Ja. Was ist denn das Ding? So. Großfall, das LN-Excel habe ich schon. Hey, da wird's wahrscheinlich nichts kriegen, ne? Hm. Ich weiß nicht, wie es hier funktioniert, ob es unbedingt an der Sonne stehen muss. Äh, ich glaube, gab's kein, gab's kein Dingens, kein, kein bestimmtes Vorgehen, was man da haben muss dafür. Ich weiß es nicht, von dem her kann ich nicht mitreden. Na, bau's doch hin, ich kann's doch wieder abbauen. Ich bin doch derjenige, der's wieder aufnehmen kann, wenn ich's richtig weiß. Okay, ich baue's jetzt mal dahin, wo ich's gern hätte. Ja. Und wenn das aber nicht geht, dann muss er halt wieder... Ja, dann probieren wir einfach mal. Ich probier den auch erstmal aus. Guck mal, einen Generator hab ich nämlich schon. Genau. Wo ist das? Geschossspitzen, wo hab ich die eigentlich durchjagen lassen? Äh, na, die Hälfte ist noch drin, die andere Hälfte hab ich einsortiert. Ach ja, in der, genau, hier. In der, wo du mir gesagt hast, dass ich's dort reindrücken kann. Ja, weil ich dich ja gefragt hab, ob ich's da reindrücken kann. Ja. Richtig. Die ist aber auch kompliziert, oi, die, ja. Aber sowas halt nicht. Eieieiei. Misst, wir haben so viel Essen. Oh mein Gott. Wie hab ich das Gefühl, ich bin die ganze Zeit nur am Fressen. Pfff. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ein Spieler wie Rundau. Hehe. Okay, also die Sandwich, die kriegt alle Melle, weil die nützt mir gar nix. Weil ich gerade geguckt hatte. Blöder Vogel. Genau. Ach, den Generator stelle ich am besten bei mir in Keller hände? Zum Strom bezahlen. Der ist laut. Also das, das ist ein lautes Teil. Ja, also besser. Der Vogel ist abgestürzt, der Vogel ist abgestürzt. Äh, okay, 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 okay. Schön, 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 schön. Hoffentlich. Houston, wir haben ein Problem. Nö, nö, nicht wirklich. Unfähig. Flugunfähig? Flugunfähig, ja. Urplötzlich. Das kam so über ihn. Sehr schön. Yes. Oh, yeah. Hat mir immer die Sonne geklaut. Guck, wenn jetzt regnet. Jetzt hab ich ihn abgeschossen ab. So geht's los. Ja, ja. Der Vogel. So, Fisch-Tacos machen wir jetzt. Du hast Solarpanel schon hingestellt, ne? Ja, hinten auf der anderen Seite. Läufst du eigentlich? Wieso? Wie so ein Hutzelmännchen. Ach da. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde, dass ich die nicht nachbauen kann. Ach, was braucht er denn da drunter? Die Stromquelle benötigt mindestens eine Komponente. Hä? Okay, bei der Solarpanel sind jetzt nochmal sechs Slots mit einem komischen Symbol, was ich überhaupt noch nicht kann. Also, allein vom logischen Verständnis. Du hast eine Photovoltaikanlage. Wo geht das als erstes hin? Direkt ins Stromnetz oder vorher woanders rein? Ah, in die Unterhose? Oder ne, die Steckdose. In die Batterie? Ah, Steckdose. Batterie. Deshalb hab ich ja vorhin gesagt, du musst sechs Batterie. Umso höherwertiger die Batterie ist, desto mehr kriegst du, glaube ich, auch raus am Ende. Also man kann das, glaube ich, also wenn du eine Sechser-Batterie rein tust, ist das besser, als wenn du eine Eins oder Zwei rein tust. Wenn's noch so ist. Okay. So als Gedankenanstoß. Und da ich draußen in der Krusch, da ich da unten die Batteriekiste zuerst nicht sonniert hatte, jetzt inzwischen weiß ich, wo es ist, hab ich's draußen in die Kruschkiste reingeschmissen. Da sind also Batterien und Motoren drin, sozusagen. Kein Problem. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Au. Das war auch mein zicken Zeh. Das passt sogar, deine Bücher sind nämlich auch noch drin. Ich bin jetzt grad angekommen. Ich versuche jetzt in unserem neuen Garten Hasen zu züchten. Und der sitzt hier schon die ganze Zeit und rennt nicht weg. Okay. Ja. Der hält sich krampfhaft fest dort. Ja, der mümmelt hier. Der mümmelt hier einfach rum. Mömmel, mümmel, mümmel. Der mümmelt da. Ja. Na, 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 na. Ja. Ne, das sind keine Batterien, die ich reinlegen kann. Hände Batterien? Keine Batterien. Das ist irgendein anderes Ding. Hä? Weiß ich nicht. Das Symbol kenne ich nicht. Lass mal gucken. Lass mal checken, ja. Lass mal den Checker vom Neckar checken. Solar? Ja. Ich wört nicht. Wo ist die denn nochmal? Ach Gott, die hast du schon gehabt. Hier hinten bei mir. Achterhin. Da. Also ich kenne dieses Symbol nicht, deswegen. Äh. Ach, ne, verdammt. Äh, da gibt's nochmal extra Solarteile dafür. Äh, wie, wie heißen diese? Das ist ja die, äh, vielleicht läuft das unter Foto? Ne. Wie heißt das denn? Äh, ja, stimmt. Das waren die anderen Dinge. Das waren, hm, ja. Ja. Okay, sind wir uns einig. Super. Ja. Ich kenne die auch von früher oder von Sehner, aber irgendwie war ich der Meinung, da müssten Batterien rein. Aber, ja. Ich bin auch in 8.9, 8.48. Ey, war das ein Schlüssel. Also wenn du Baum, Baumdinger übrig hast, darfst du gerne hier in den Garten setzen. Dann zieht das auch gar nicht los. Ja, ja. Ich kenne Kartoffelsamen, habe ich gerade in der Hand. Das will ich nicht. Na gut. Das will ich nicht. Das fehlt jetzt nicht besonders. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Äh.